Grüß euch die Madeln, Servus die Burmen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zum Jugendkongress. Über 30 verschiedene Länder werden vertreten sein. Tai Gibson, Jeff Rosario sind Sprecher, auf die wir uns freuen werden und ich möchte euch einfach einladen hier zu sein, ins Land der Sonne zu kommen. Also bis dann!